Wir sind eine unabhängige Schweizer Privatbank, eine Familienbank und darauf sind wir stolz. Für uns zählen Werte, solche, die man handelt, an der Börse und ausserhalb der Börse, Prinzipien, nach denen man handelt. Wir legen keinen Wert darauf, die Grössten zu sein. Ich gebe nichts auf die viel zitierten Ranglisten. Was uns auszeichnen soll, ist Erstklassigkeit, Weitsicht und Unabhängigkeit. Das sind für mich die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft der Bank von Dovo. Und daran glaube ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017